Discovering Deutschland. A B1 Level Language Journey. Folge 3. Die Dünnerverwirrung. Die Figuren. Bruce. Er spricht gut Deutsch und ist der Anführer der Gruppe. Richard. Er spricht kaum Deutsch, aber ist charmant und attraktiv. Jason. Er spricht gut Deutsch, ist aber schüchtern im Umgang mit anderen. Die Zähne setzt fort, als die drei Freunde das Hotel verlassen, um zum Istanbul-Dönerladen zu gehen. Okay, Leute, ich habe die Adresse auf Google Maps eingegeben, aber irgendwie scheint das GPS nicht richtig zu funktionieren. Lass mich mal sehen. Er nimmt das Telefon und schaut darauf. Hm, das ist seltsam. Es zeigt uns in die falsche Richtung. Guys, can't we just ask someone for directions? Nein, Richard. Das ist eine gute Gelegenheit, unsere Orientierungsfähigkeiten zu testen. Schaut. Wir erkennen diesen Straßennamen auf der Karte. Wir müssen einfach den Schildern folgen. Ja, genau. Hier ist Schillerstraße und auf dem Handy steht, dass wir in Richtung Mozartstraße gehen. Mozartstraße ist, er schaut herum, dort. Wir gehen da lang. Die Freunde navigieren durch die Straßen, indem sie die Straßennamen mit denen auf der Karte vergleichen. Am Dünnerladen. Endlich. Hier ist der Istanbul-Dünner. Mann. Schau dir diese Schlange an. Das wird ewig dauern. Kein Problem, Richard. Wir nutzen die Zeit, um dir beizubringen, wie du einen Dünner bestellst. Du erinnerst dich, wie man deinen Dünner bestellt, richtig? Das haben wir in der Deutschklasse mit Herrn Lehrer gelernt. Bruh, what I learned in German class was how to use Google Translate in a way that Herr Lehrer wouldn't notice. Du hast von Herrn Lehrer gelernt, ich nicht. Beim Dünner bestellen könntest du einen ganzen Satz sagen, aber vielleicht wäre es einfacher, wenn du nur sagst, was du bestellen möchtest. Langsam sprechen, Bruce. Ich verstehe nicht. Sag nur, einen Döner bitte. Einen Döner bitte. Siehst du, du kannst Deutsch sprechen. What's on a dinner anyway? Fleisch? Was für Fleisch? Normalerweise Lamm oder Rindfleisch. Mag ich nicht. Du kannst Hähnchen bestellen? Das mag ich. Was gibt es noch? Soße? Was für eine Soße? Eine weiße und eine rote. Er zuckt mit den Achseln. Hm. Richard runzelt seine Stirn. Probier sie mal, bevor du darüber meckerst. Aber die rote Soße ist scharf. Aber nicht so scharf. Er kann das probieren. Was ist scharf? Sharp? Nein. Das bedeutet spicy. Nein, das mag ich nicht. Das habe ich mir gedacht. Fein. Ich bestelle einen Döner mit Hähnchen. Es gibt auch Salat, Rotkohl, Zwiebeln und Tomaten. Zwiebeln und Tomaten? Nein, danke. Ok. Ein Hähnchendöner ohne Zwiebeln und Tomaten. Das kann ich. Hähnchendöner ohne Zwiebeln und Tomaten. Klar, Richard. Ein Hähnchendöner-Kebab, bitte. Das ist der Hauptteil deiner Bestellung. Und vergiss nicht, mit allem außer Zwiebeln und Tomaten und ohne scharfe Soße hinzuzufügen. So bekommst du genau das, was du magst. Ein Hähnchendöner-Kebab, bitte. Mit allem außer Zwiebeln und Tomaten. Ohne scharfe Soße. Richtig. Du bist auf dem richtigen Weg. Aber denk daran, höflich zu sein und bitter am Ende hinzuzufügen. Das ist wichtig. Ja, höfliche Ausdrücke sind in Deutschland sehr wichtig. Das zeigt Respekt. An der Theke. Ok, Richard. Jetzt bist du dran. Bestell deinen Dünner. Ähm, ich hätte gerne einen Dünner mit, äh… Richard vergisst, was er gerade gelernt hat. Sie möchten einen Dünner im Fladenbrot oder meinen Sie Jufke im gerollten Brot? Fladenbrot? Gut. Dünner im Fladenbrot. Hähnchen. Hähnchendünner im Fladenbrot. Mit alles? Alles. Salat? Ja. Rotkohl? Ja. Zwiebeln? Nein. Tomaten? Nein. Soße? Rot und weiß? Weiß. Hier essen oder zum Mitnehmen? Mitnehmen? Er meint hier essen. Zu Richard sagt er. Mitnehmen ist to go. Wir bleiben hier und essen. Und für Sie? Ich möchte einen Jufke-Döner mit allem außer Tomaten. Der Verkäufer bereitet einen Jufke-Döner zu. Ich möchte eine Dünnerbox mit allem. Brauchen Sie etwas zu trinken? Drei Fantas, bitte. Die Jungs bekommen ihr Essen und setzen sich an einen Tisch. Richard beißt in seinen Dünner-Kebab. Wow. Das ist ja gut. Danke, Jungs. Gern geschehen, Richard. Jetzt, da du weißt, wie man Dünner bestellt, kannst du in Deutschland überall essen gehen. Ich esse jeden Tag Dünner auf dieser Reise. Richard, wir sind in Deutschland. Es gibt so viele andere Dinge zu probieren. Während des Essen schauen die Freunde auf Google Maps, um die nächstgelegenen Sehenswürdigkeiten zu finden. Schaut mal, das Brandenburger Tor ist ganz in der Nähe und der Reichstag. Oder sollten wir zuerst zum Alexanderplatz? Ich weiß nicht, Jungs. Ich denke nur an den nächsten Dünner. Wir können zum Fernsehturm gehen und die Stadt von oben sehen. Gute Idee. Der Fernsehturm ist ein Wahrzeichen von Berlin. Sie machen sich auf den Weg zum Alexanderplatz und kaufen Tickets für den Fernsehturm. Hier sind ihre Tickets. Der Aufzug bringt sie auf die Aussichtsplattform. Die Freunde fahren mit dem Aufzug und erreichen die Aussichtsplattform. Schaut euch diese Ansicht an, Jungs. Berlin sieht fantastisch aus. Es ist wirklich beeindruckend. Die Jungs betrachten eine Weile die Stadt und Richard erzählt ihnen etwas über die Stadt. Nach einer halben Stunde wollen sie nach unten. Sie gehen zum Aufzug. Es tut mir leid, aber der Aufzug hat gerade technische Probleme. Sie können gerade nicht nach unten. Technische Schwierigkeiten? Das klingt nicht gut. Können wir die Treppe nehmen? Das sind 986 Stufen. Das dauert ungefähr 10 Minuten, wenn sie die Treppe nehmen. Die Treppe ist eine Fluchtreppe. Sie dürfen sie verwenden, da es streng genommen ein Notfall ist, aber sie müssen wahrscheinlich nur ein paar Minuten warten und der Fahrstuhl wird wieder zur Verfügung stehen. Die Jungs blicken sich an und denken darüber nach, was sie tun sollten. Und ein komisches Geräusch kommt vom Aufzug. Werden die Jungs wieder auf die Erde kommen? Das finden wir in der nächsten Folge heraus. Klick auf diesen Link, um alle Folgen zu sehen. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.